ja gut vielleicht sollte ich dann hier jetzt nicht mehr nach oben graben sonst bin ich tot nicht weit genug weg also hier haben wir ein bisschen kies aber das wird nicht reichen weil ich will ganz viel weg bauen also mit viel weg meine ich ganz viel weg also richtig viel weg ganz ganz viel von meiner hütte in wald durch den wald ist vielleicht noch zu einer anderen hütte also richtig viel ich brauche richtig viel zeug deswegen wäre es eigentlich ganz cool wenn man sich den scheiß meinen könnte irgendwie kraften könnte aber gut wenn du als 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 der crack sagt es funktioniert nicht dann funktioniert es nicht Alter Alter wenn du dich muss ja okay gut alles ist schon echt wie groß da oben geht es auch noch lang da oben hier oben wo ich herkam ging es auch noch mal lagen da unten geht es irgendwo lagen da hinten geht es irgendwo lang noch mal verzweigt noch irgendwo hin hat man es ja letztens schon drüber das ist einfach das einfach krank alter ich weiß nicht was sie sich dabei gedacht haben also wir machen jetzt immer so ein paar paar schöne schöne höhlen alter dass man da mal so ein bisschen was zu tun hat die höhlen müssen einfach könnte so zwei aneinanderhängende höhlen sein leider ein dieses müssen höhlen sein wo man den anfang nicht mehr erkennen kann dann ist auf jeden fall dann ist ein guter höhlen algorithmus wenn das geschafft ist zusagen die wahrscheinlich daran ja guck mal hier diese kleine höhle ist das schön nein alter hört sich noch mal ran da muss aber echt da müssen noch mal zwei kann man mehr also zwei hoch zehn kann man mehr meine ich wohl mehr geht es mir auch noch weiter kupfer ja gut ist ja nicht so als hätte ich in meinem lager schon gefühlt drei kisten voll mit kupfer aber ich will mich nicht beschweren mag zwar aber nur unterschwellig ach hamburgers schmecken gut machen richtig satt ja gut freut sich mein minecraft man dass er jetzt nicht mehr nur die ganze zeit brot fressen muss weil es aber ein stück fleisch zwischen dem brot dabei sind wir mit echtem apple und bei unserem jetzigen wohnort angekommen alles haben wir dort irgendwie gefunden und zusammengesammelt odiume nabend schön dich mal wieder zu sehen recht jetzt bekommt zurück crazy und dann kommst du an so einem an so einem schönen tag wo morgen feiertag ist das war jetzt in baden-württemberg ja perfekt alter gottes willen um gottes willen es ist nicht zum aushalten alter wo bin ich hier überraschung noch eine echt was 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 für überraschung heraus war das überraschung ach so überraschung noch eine jaja hier unten ist überraschung noch eine also sie da hinten geht es noch lang dass man wahrscheinlich dass der selbe weg wo wir gerade waren hier ist hier geht es noch lang all damals nicht total verarschen jetzt sind wir wieder in so eine über riesigen scheiß ding ja hauptsache hängt einfach wieder kopf aller werden welcher schwanz ach ja perfekt cool aus welcher richtung habe ich noch mal aus dieser richtung hier wo licht ist aus dieser richtung wo licht ist da oder hier oben ja okay einfach einfach verlaufen einfach programmiert sehr gut cool finde ich schön also muss ich ganz ehrlich sagen finde ich richtig schön finde ich schön schön einfach schön ist einfach da kann man nichts anderes sagen als dass man es einfach schön findet hier verlaufen einfach programmiert sehr cool nice und wie geht es dir jetzt so gut soweit dem umständen entsprechend weiß nicht ob es irgendwelche umstände gibt aber ich hoffe es geht dir soweit gut das ist aber gesagt du bist eher aus dem norden ne ah ja perfekt alter stimmt sind ja noch nicht genug aber ja alles cool sehr cool freut mich wochenende sind ja auch nicht mehr so weit weg jetzt kommt direkt der nächste nächste börner ich habe freitag freie alle einfach langes wochenende morgen abend morgen abend geht es einfach ins sängerheim hier bei mir im ort mit morgen mal ein bisschen singen so so singe ich morgen den ganzen abend wird schön das wird schön live stream ja 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 wahrscheinlich wahrscheinlich ein live stream ja wie ich da total ablose beim singen heißt er alle anderen so und ich so okay was 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 hier kann ich kann ich mal das notenblatt richtig halten meiste so wird es wahrscheinlich ablaufen und da werde ich höchstwahrscheinlich ein live stream davon machen wie ich da richtig richtig gas gebe nicht ach umso besser ja 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 ich merke schon jetzt schon brennt richtig für die idee ja cool finde ich schön also also finde ich schön dass meine community mich immer schön so ein bisschen in ihr leben auch einbinden will so vor allem meine lustigen momente ja finde ich richtig schön 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 sowieso wie oft die heute wieder schön ist aber die ist ein richtig schöner stream richtig schön richtig schön mit schönen themen schönen dingen schön einfach schön einfach sagen einfach schön 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 einfach schön habe ich schon gesagt ist schön weiß nicht aber ist ich bin ich mir noch so ein schönes outfit wie bei frozen und dann machen wir mal wie gesagt wir 24 stunden wäre vielleicht ein bisschen krass aber einen schönen zwölf stunden stream nur singen die ganze zeit da sehe ich mich aber mal zwölf stunden durch singen die ganze zeit nonstop gucken was da so geht hinterher kann ich mir einfach kann ich mir einfach meine stimmbänder einfach aus dem mund rausziehen beziehungsweise sie laufen einfach freiwillig raus weil die keinen bock mehr haben aber jetzt fast morgen ich muss mal morgen wieder los arbeit arbeit ja dankeschön aber das heißt du hast jetzt wieder ab oder wie da kommt er einfach kurz hier vorbeigeschneid wollte nur kurz hallo sagen ja dankeschön cool freut mich die diese überraschung ist ist hier geklückt ich weiß ganz genau diese überraschung hast du nicht gemeint sondern dass die hülle gemeint aber auch diese überraschung ist sie geklückt schön dass du da warst machst du auch gut ich wünsche noch einen schönen abend schlaf gut und überarbeite dich morgen nicht na ja gut das hängen wir hier unten in der höhle und ich habe einfach es gibt einen weg an kreppel zu kommen er jetzt hat er sich einfach dahinter gehängt und hat es einfach die ganze das ganze internet durchsucht wie man sich kreppeln kann aber es glaube einfach zu suchen ja okay ja ich habe jetzt wieder ein bisschen was 31 ja ich bin schon bin schon auf einem guten weg aber jetzt ist mir gerade meine schaufel kaputt gegangen und ich habe kein holz dabei um mir ein ding zu basteln weil ich muss mal eben pass auf banger info ja hauble aus einer von hier alt war was mir so in meine nase bund und jetzt die ganze zeit so übelst abnervt oder voll ekelhaft warum warum gibt es eigentlich haare die einem so in die nase hängen kann es eigentlich kann es mir jemand erklären was der sinn dahinter ist ein tieferen sinn hinter den den haaren am bart die so in die nase hängen was das für was das für ein system warum gibt es so was ein bisschen unnötig ein gold für ein gold 6 travel zu droppen alles ist ja das ist ja eine mörder info das lohnt sich ja richtig 16 ist immer noch ja okay wahrscheinlich alter ja cool ja cool alter einfach irgendwo mitten im nirgendwo einfach ein loch wo du runter fällst und alles ist weg finde ich schön freut mich ist wieder ein grund sich einfach zu freuen ja cool also ich weiß nicht ist einfach schön schön gesagt gibt es einen counter mal dafür irgendwie mitgezählt haben wie oft ich jetzt die ganze zeit schon schön sage mehr ist schön also ich sag mal wenn du irgendwie so weit bist dass du gigantische wege bauen willst au hey alter willst du mich verarschen du zippe was war das denn für eine aktion man warum willst machte eine goldfarm und dann pickling traden göttlich stark naja ja ich will mir jetzt hier nicht 1000 farben bauen ja also es soll ja schon irgendwie fair bleiben aber ging einfach nur so ein bisschen kies ich habe weis bock auf kies freeze naja gut ich habe jetzt ein bisschen holz irgendwann falle ich irgendwo in loch und alles wie gesagt alles weg na gut aber ich auch für